Ich kann auch noch ein Teil nehmen. Bei mir, ein Tor. Woah! Richtig, er mag ich den Typen. Ist das denn dein Donner, ist er in den Baum? Jonek Schläger, mit den Damm. Schau, der richtig gut mit den Namen. Richtig, das ist voll leer. Das ist ein Fehler. Ich würde sagen, Frischbrückgeld hier. Der kleinste, der schlimmste, der schlechteste im Bett, mein Lieben. Ganz viel Spaß für mich. Aber die Gopa macht Gute. Die ist bestimmt acht Jahre, neun Jahre eigentlich locker. Das ist so, als würde ich für ein Auto... Jo. Das ist einfach krass, da ist kein Boden da. Das ist kein Boden. Das ist ein ganz normales Haus. Das sehen wir da gleich noch kommen. Ja. Echt? Ja, die sind da total! Danke für mich! Wow! Wow! Applaus Jonex-Schläger mit Lindan Aber da tanzt sie kaum, nirgendwo So, wo du fragst, ganz vielen Dank Jo Schau, das ist richtig gut mit dem Namen Kommt in dieser Bühne mit Komplett der Orangen Tribüne und auf die Rechtsvolle Applaus Vielen Dank. 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 Ich glaube, es ist zu hoch und es ist ein Fehler. Vielen Dank. Ja, ich weiß. Und vor allem, wer soll das denn bekommen? In der Zeit bin wir ja, stimmt. Der Kleinste, Irgendwann, oder der Mittletzte, der Jüngste. Ich würde sagen, für Spritgeld hier, also, dann kriegst du Geld von mir. Ich wollte es gar nicht so viel zu sagen. Ich wollte es gerade sagen, ich kriegst einen Zehn ab und hier. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Du kriegst einen Zehn ab und hier. Ich bin, ich weiß. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin,